Hallo und Willkommen bei TASSO Wissen – tierisch verantwortlich. Mein Name ist Lisa Frankenberger und ich bin Host dieses Podcast der Tierschutzorganisation TASSO e.V. Wir schauen uns hier die verschiedensten Themen rund um die verantwortungsvolle Tierhaltung an und dafür habe ich auch immer eine Expertin an meiner Seite. Ganz oft und so auch heute ist das meine Kollegin Lisa Borchert. Sie ist Tierärztin und arbeitet bei TASSO als Referentin Tierschutz für die verantwortungsvolle Tierhaltung. Hallo Lisa, wie schön, dass du heute wieder an meiner Seite bist. Hallo Lisa, schön hier zu sein. Heute in neuer Besetzung könnte man sagen, denn wir sind ohne Hunde hier. Genau, ungewöhnlich, oder? Fühlst du dich auch so inkomplit? Ja, inkomplit auf jeden Fall, aber auch ein bisschen free, weil wir ja sonst schon immer auch die Podcast-Aufnahmezeit takten, dass wir vorher mit den Hunden rausgehen, dass es passt mit deren Zeiten und ja, so ein bisschen unabhängig heute. In der Ferienzeit haben wir die Möglichkeit, die Hunde auch mal daheim zu lassen. Gute Betreuungssituation zu Hause. Genau. Heute gucken wir uns das Thema kleine Heimtiere und Familien an. Bevor wir da raufschauen, aber erst mal die Frage, wieso sagen wir eigentlich kleine Heimtiere und nicht einfach Kleintiere? Ja, das ist eine Frage, die uns sogar auch innerhalb unserer Organisation immer wieder gestellt wird, weil die Begriffe zum Teil synonym verwendet werden. Also viele Leute sagen Kleintiere und meinen damit Kaninchen und Meerschweinchen. Wir meinen mit Kleintieren Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde, Katzen. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Definition, die wir in der Tiermedizin verwenden. Da gibt es Kleintiere und Großtiere. Also Kleintiere, wie gerade genannt, alles so bis zum Hund. Und dann könnte man sagen, okay, dann sind doch Meerschweinchen und Kaninchen einfach die Heimtiere. So wird es auch oft verwendet. Wir achten da bei Tasso aber auf eine ganz klare Begriffsdefinition und demnach sind Heimtiere Tiere, die vom Menschen zu seinen persönlichen oder aus Freude und Spaß, sage ich mal, an dem Tier gehalten werden, im Gegensatz zu sogenannten Nutztieren. Darüber kann man natürlich auch reden, was ist ein genutztes Tier. Aber deswegen sind für uns auch Hunde Heimtiere und dementsprechend unterscheiden wir die kleinen Heimtiere von Hund und Katze. Okay, damit es da keine Verwirrung gibt und man immer weiß, worüber man spricht. Genau. Okay, also wir haben das vor einer Weile festgelegt und ich muss sagen, wir haben uns ganz gut daran gewöhnt, hier immer von den kleinen Heimtieren zu sprechen und trotzdem immer noch die Erklärung hinterher. Meistens meinen wir Kaninchen und Meerschweinchen. Genau, das sind ja auch so die kleinen Heimtiere, auf die wir uns hier in unserer Arbeit bei Tasso fokussieren. Gut, dann schauen wir doch heute mal auf das Thema. Wir machen mal eine kleine, ein kleines fiktives Beispiel. Was denkst du, wenn ich dir erzähle, dass wir darüber nachdenken, unter die Kaninchenhalter zu gehen? Wir, das sind in dem Fall zwei Erwachsene, eine elfjährige Hündin und ein fast vierjähriges Kind. Was passiert in deinem Kopf, wenn ich dir das so erzähle? Ehrlicherweise muss ich sagen, bei dir bin ich da relativ entspannt. Ich glaube, du zählst zu einer der verantwortungsvollsten Tierbesitzerinnen und gestern haben wir erst darüber gesprochen, dass du dich sehr gerne an Regeln hältst und alles sehr durchdenkst. Deswegen würde ich denken, dass wenn du mit dieser Entscheidung zu mir kommst, dass da schon sehr viel Vorlauf gewesen ist. Aber jetzt nehmen wir euch mal so als Durchschnittsfamilie. Genau, als eine Musterfamilie sozusagen. Genau. Dann würde ich mit euch, wenn wir da jetzt im Gespräch zu sind, auf jeden Fall erst mal über die Voraussetzungen für so eine Entscheidung reden. Also ich denke, das aller, aller Wichtigste, gerade wenn du das so sagst, ihr habt eine vierjährige Tochter, ist, welche Interessen liegen hinter dieser Entscheidung? Also habt ihr als erwachsene Menschen Interesse an dieser Tierhaltung? Oder ist es eine, ja, Anschaffung für das Kind? Okay. Das ist der Wunsch des Kindes, dem wir da gerecht werden wollen. Genau. Ganz häufig ist das ja so, dass in dem Alter, glaube ich zumindest so, ne, Kindergarten irgendwie, dass die Kinder anfangen, das spannend zu finden und das irgendwo gesehen haben bei Freunden oder irgendwo anders. Und dann sagen, oh, ich hätte auch gerne ein Kaninchen. Und so fangen die Leute an, darüber nachzudenken. Deswegen ganz wichtig der Punkt, wenn wir über die Anschaffung von Tieren reden, muss das Hauptinteresse bei den Eltern liegen. Immer, ganz egal, ob wir jetzt über Kaninchen oder Hunde oder Katzen sprechen. Genau, absolut. Oder über große Tiere wie Pferde. Ja, da ist es noch viel wichtiger, weil damit einfach meistens noch viel größere Veränderungen für die ganze Familie einhergehen. Okay, also es müssen wir Eltern sein, die sagen, wir möchten gerne Kaninchen halten. Genau. Das wäre so der erste Punkt. Dann würde ich fragen, wie sieht es aus mit eurer Tochter? Wie alt ist sie? Wie ist sie entwickelt? Wie ist sie im Zusammenleben? Kann sie schon Regeln akzeptieren? Hat sie ein großes Interesse? Da wüsste ich jetzt bei euch auch, sie ist mit einem Hund aufgewachsen. Also bei euch war, glaube ich, erst der Hund und dann das Kind. Genau, ich bin ganz froh drum, weil ich dann nie die Entscheidung treffen muss, ist mein Kind jetzt soweit, weil sie ist damit aufgewachsen. Ja, genau. Und dadurch ist sie auch in bestehende Strukturen quasi reingewachsen. Genau. Und ich weiß, dass ihr da auch viel drüber redet, was Dottie, eure Hündin, gerade macht und braucht und was sie nicht möchte. Und da seid ihr ja schon einfach sehr viel im Austausch mit eurer Tochter sowieso. Ja. Aber jetzt noch mal erst zu den Grundvoraussetzungen von euch als Familie vor der Anschaffung eines Tieres. Wir haben jetzt schon gesagt, ihr braucht das Interesse. Man muss das Alter des Kindes im Blick haben. Da würde ich jetzt sagen, Kindergartenalter ist auf jeden Fall ein Alter, was sehr viel Management und Kompromisse für den ganzen Familienalltag bedeutet. Da lernen die Kinder gerade, sich vielleicht auch mal zurückzunehmen, aber sind einfach auch noch extrem mit ihren eigenen Bedürfnissen. Sie fangen gerade erst an, die Empathie zu entwickeln zum Beispiel. Ja, genau. Empathie ist da ja auch eine große soziale Kompetenz, die Kinder mit Tieren im gemeinsamen Aufwachsen lernen. Aber eben auch erst entwickeln lernen heißt, es ist ein Prozess. Und in dem Prozess darf das Tier natürlich nicht untergehen. Deswegen bedeutet Tierhaltung mit Kindern, ich würde sogar sagen, unter acht, neun Jahren immer ganz viel Management der Eltern. Man muss die gegenseitig voreinander schützen im Prinzip. Und bei kleinen Heimtieren muss man einfach vor allen Dingen die Tiere schützen tatsächlich. Ja, klar. Die können dem Kind ja nicht gefährlich werden, aber für die ist vieles gefährlich. Und ich glaube, daher rührt so ein bisschen diese Annahme, dass es gute Tiere für Kinder sind, weil man relativ wenig Angst um die Kinder hat, im Gegensatz jetzt zu vielleicht Hunden oder Katzen. Aber dadurch fällt halt der Tierschutz an der Stelle oft so ein bisschen unter den Tisch. Aber zurück zu den Voraussetzungen. Ich würde auf jeden Fall noch eure finanzielle Situation ansprechen. Auch schon für kleine Heimtiere? Ja, und gerade da, das ist wirklich was, was komplett unterschätzt wird. Kleine Heimtiere brauchen große Gehege. Früher hatte man immer so dieses Bild. Und leider gibt es das auch immer noch, sowohl das Bild als auch die Haltung im kleinen Käfig. Kennst du die? Im Kinderzimmer, genau. Genau, im Kinderzimmer mit so einer Nuckelflasche dran und dann sitzt da ein Kaninchen drin. Das ist absolut Tierquälerei im Kinderzimmer. Man kann es nicht anders sagen. Und dementsprechend brauchen die Tiere große Gehege. Würde ich nachher auch nochmal ein bisschen ausführlicher zukommen. Aber allein da die Anschaffung ist auf jeden Fall im Bereich mehrerer hundert Euro. Dann sind es Tiere, die auch in der tierärztlichen Versorgung tatsächlich richtig teuer sind. Die sind sehr anfällig, haben häufig Magen-Darm-Probleme, Zahn-Probleme, der Harnwegsapparat macht Probleme. Also gefühlt kannst du das ganze Tier einmal durchgehen und überall gibt es relativ schnell Baustellen. Und was ich ja gelernt habe aus unserer Podcast-Folge zu den tierischen Notfällen, man merkt es oft erst, wenn es schon dramatisch ist. Also wo ich vielleicht bei einem Hund frühzeitig ansetzen kann und das Problem gelöst kriege, merke ich es beim Kaninchen erst, wenn es spät ist. Und dann wird es halt wahrscheinlich auch oft teuer. Ja, auch das. Dann ist es auch so, dass wir im Tiermedizinstudium zwar Kaninchen und Meerschweinchen so basic-mäßig behandeln. Aber alles, was dann so ein bisschen tiefer geht, ist eigentlich eine Spezialisierung. Das heißt, man braucht oft Tierärzte oder Tierärztinnen, die sich in dem Bereich spezialisiert haben. Und das geht natürlich mit höheren Ausbildungskosten, Ausstattungskosten und damit auch höheren Behandlungskosten einher. Und auch oft noch weitere Fahrt dorthin und vieles, was dann noch zusammenkommt. Ja, organisatorisch, genau. Dann das Futter. Viele denken auch, kleine Heimtiereier, die fressen einfach die Wiese im Gehege und sonst Heu. Die Wiese im Gehege ist meistens relativ schnell weggefressen, wenn die draußen leben. Und auch im Winter ist es deutlich mehr als nur Heu. Das sind Blattspitzenköstler. Das heißt, die fressen Frischfutter, frische Kräuter, Wiese, Blätter, Blattgemüse. Das ist einmal ein ganz großer Aufwand, wenn man das selber sammelt im Sommer. Und im Winter muss man das zukaufen. Okay, und dann kostet es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, wenn es es gerade eh nicht gibt natürlicherweise. Ja, da gibt es verschiedene Rechnungen. Das kommt natürlich auch darauf an, wo man das kauft. Ich habe es jetzt von einer Kollegin, die das mal so ein bisschen durchgerechnet hat. Und sie hat gesagt, sie hat mindestens zwei Euro Kosten pro Tier und Tag. Okay, das ist schon einiges. Und wenn man das jetzt mal so rechnet, dass man ja nicht nur ein Tier hält, sondern im optimalen Fall mindestens zwei, sind wir bei vier bis fünf Euro pro Tag. Das läppert sich. Also das ist mehr als, ja, ungefähr so viel, wie man eine kleine Hündin frisst. Ja, das komme ich auch ungefähr drauf. Okay, also wir haben, die Eltern müssen das Interesse haben. Die Kinder müssen alt sein oder ich muss bereit sein, sehr viel zu managen. Ich brauche eine gute Haltungsbedingung. Also ich brauche am Ende Platz. Ja. Am besten draußen. Ja. Oder ging es auch in der Wohnung? Geht auch in der Wohnung. Würde ich jetzt gar nicht bewerten, dass ich sage, draußen ist besser als Wohnung. Beides kann extrem gut, aber auch extrem schief gehen. Genau, aber in beiden Fällen brauchen die Tiere Platz. Okay, und ich brauche Geld. Ja. Gut. Was brauchen die Tiere denn so im Alltag von mir? Weil, das hatten wir ja auch schon öfter mal erwähnt, das sind eigentlich ja Tiere, die gar nicht so in die ganz enge Interaktion mit den Menschen gehen. Das sind Tiere, die obligat sozial leben. Das heißt, es gibt keine Alternative zu einem Sozialverband mit Artgenossen. Sie können nicht alleine sein oder mit anderen Artgenossen nur. Also das heißt, ein Kaninchen und nur ein Hund, könnte man nicht sagen, das sind ja zwei Tiere, die haben einander. Ja, genau, die können keinen Sozialverband bilden und genauso gilt es tatsächlich auch für Meerschwändchen und Kaninchen. Also man kann die in guten Haltungen mit bestimmten Bedingungen auch gemeinsam halten, aber die brauchen jeder jeweils mindestens einen direkten Artgenossen. Also Sozialverband, niemals alleine, mindestens zwei Tiere. Dann haben wir vorhin schon angesprochen, das große Gehege. Hier gibt es Leitlinien von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Wichtig ist, das sind wirklich nur Richtwerte. Also das ist das absolute Mindestmaß. Und da heißt es, dass Meerschweinchen, also zwei Meerschweinchen, brauchen mindestens zwei Quadratmeter. Ich habe das vorhin mal gecheckt. Das sind ungefähr unsere riesigen Schreibtische hier bei Tasso für zwei Meerschweinchen. Die ja echt nicht groß sind. Genau. Und das ist das Mindestmaß. Besser ist, wenn die noch mehrere Ebenen und auf jeden Fall mehr Platz haben. Vielleicht dann auch eben noch einen Auslauf. Und bei Kaninchen sind wir bei zwei Kaninchen schon bei sechs Quadratmetern Mindestmaß. Das ist ein halbes Kinderzimmer mit der wichtigen Zusatzbemerkung, dass die natürlich nicht im Kinderzimmer wohnen sollten, aber nur so für die Veranschaulichung. Genau, es ist so eine Standardgröße für Kinderzimmer, meistens so elf bis zwölf Quadratmeter. Plus minus, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Also wenn man sie drin hält, bräuchte man eigentlich wirklich echt ein ganzes Zimmer für die. Ein Kaninchenzimmer, genau. Ja, okay. Das heißt, wir haben das Leben mit Artgenossen, wir haben das Gehege. Wir haben die Ernährung vorhin schon mal kurz angesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch, was die Gesunderhaltung der Tiere angeht. Also viele von den aufgezählten Krankheiten kann man verhindern, indem die artgerecht ernährt werden. Die Ernährung bringt aber relativ viel Aufwand mit sich, also oder relativ hohe Kosten, je nachdem, wie viel man selber macht und wie viel man sich dazu kauft. Das wären so die Dinge, die sie brauchen. Dinge, die sie auf gar keinen Fall brauchen, ist dieser intensive Körperkontakt mit den Menschen, wie wir es vielleicht von Hund oder Katze kennen. Davon profitieren die Tiere nicht. Die wollen nicht abends auf dem Sofa bei mir liegen und mit mir die Serie gucken. Ja, also ich muss ein bisschen aufpassen, weil es da auch so ein bisschen einen Wandel gibt. Es gibt Menschen, die mit ihren Kaninchen sehr eng zu Hause leben und auch Kaninchen können zahm werden. Ich will das gar nicht so abtun und die können auch Kontakt genießen. In der Regel ist das mit Kindern aber eher schwer, weil Kinder so, ja, vielleicht auch motorisch, aber auch so von ihrer Art natürlich einfach unvoreingenommen und stürmisch oft mal sind, nicht so gut einzuschätzen sind, wie jetzt ein erwachsenes Pärchen, das mit seinen zwei Kaninchen zu Hause zusammenlebt. Also da gibt es durchaus so Ansätze von diesem gemeinsamen Sozialverhalten. Was sie aber per se eigentlich nie mögen, ist dieses Hochgehobenwerden. Also von oben kommen, das ist so dieser Greifvogelreflex. Wenn man kommt wie ein Greifvogel, das ist für die nie schön. Also wenn man den engeren Kontakt mit dem Kaninchen zulässt, dann muss es vom Kaninchen ausgehen. Genau, das auf jeden Fall. Dass ich merke, okay, das kommt viel zu mir, das will irgendwie was von mir. Ich entscheide das nicht, sondern das Kaninchen entscheidet das. Also erfahrungsgemäß können Kaninchen zahm werden und können auch gestreichelt werden, sind aber einfach keine Tiere, bei denen das mit den Kindern schnell erreichbar ist, bei denen das mit Kindern gut funktioniert. Also wenn ich an mein Zuhause denke, wäre da ein freilaufendes Kaninchen auch echt schwierig. Also nicht, weil da ein Hund ist, dem wäre das egal, aber da liegt halt auch Spielzeug und so. Ja, allein schon mit den Gefahren, genau. Ja, und dann müssen ja auch so klare Regeln herrschen, dass alle wissen, okay, das ist der Kaninchenbereich, da ist alles gesichert, die Tür darf nie offen sein. Also es gibt ja einfach so Dinge, die da echt schwer zu managen sind. Also einfacher draußen in einem großen Gehege in dem Fall. Genau, und Meerschweinchen, um das hier noch kurz zu ergänzen, werden eigentlich fast nie gerne angefasst. Also diesen Part, den wir gerade mit den Kaninchen hatten, dass das in Einzelfällen der Fall ist, dass die zahm werden und auch Kontakt suchen, hat man mit Meerschweinchen eigentlich nicht. Okay. Also brauchen kleine Heimtiere von mir auf jeden Fall gute Rahmenbedingungen, eine sehr, sehr gute Versorgung. Ich muss also wirklich Bock haben, mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen und mir da auch Zeit für zu nehmen, um das ausgewogen zu machen. Sie brauchen ein tolles, aufregendes Gehege. Und ich muss mich vor allem, glaube ich, auch wahrscheinlich dann sehr zurückhalten mit dem, was ich erwarte, was ich mit dem Tier machen kann, im Idealfall. Und ich glaube, dir wird das gelingen, würde ich jetzt mal der durchschnittlichen erwachsenen Person zuschreiben. Für Kinder ist das einfach sehr schwierig. Und vielleicht auch gar nicht so das, was sie dann glücklich macht, sich zurücknehmen zu müssen. Kann auch ganz viel Frust bedeuten, wenn so das große Projekt, wir schaffen uns Kaninchen an ist und das dann bedeutet, dass ich die erst mal gar nicht anfassen darf. Schauen wir uns doch mal die andere Seite an. Kaninchen bringen natürlich, Kaninchen und Meerschweinchen, nehmen wir mal ruhig beide, bringen aber natürlich auch richtig viel Spaß und Freude, wenn man es richtig angeht, oder? Ja, ja. Finde ich gut, dass wir da jetzt noch mal so den positiven Part beleuchten. Also es sind Beobachtungstiere. Das ist sozusagen die positive Seite von, es sind keine Kuscheltiere. Kuscheltiere sind unsere lebenden Tiere natürlich alle nicht, aber keine Tiere, die so viel Kontakt suchen. Dafür kann man sie sehr viel beobachten. Und auch das ist was, was Kinder sehr gerne machen, wenn man sie unterstützt und anleitet. Das kann total aufregend sein, die Tiere in ihrem Sozialverhalten zu beobachten und Entwicklungen zu beobachten, Beziehungen zu beobachten. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht verlinken kannst, aber ich habe für Tasso letztes Jahr ein Ethogramm für Kinder erstellt. Ethogramm ist eine, eigentlich kommt das aus der Verhaltensforschung. Da beobachtet man strukturiert Verhaltens, quasi ein Werkzeug in der Verhaltensforschung. Und ich habe das so ein bisschen für Kinder aufgesetzt. Das ist ein Beobachtungsbogen. Da bekommt jedes Kind, ist dann quasi ein kleiner Forscher oder eine Forscherin, bekommt so einen Bogen, kann sich ein Tier aussuchen und dann werden verschiedene Verhalten aus den verschiedenen Funktionskreisen, also Fressverhalten, Sozialverhalten, alles kindgerecht formuliert, beobachtet. Und man kann quasi eine Strichliste führen über einen bestimmten Zeitraum. Das kann man dann wieder für jedes Kind anpassen, ob das Kind schon fünf Minuten sitzen und beobachten kann oder ob es vielleicht erst mal nur eine Minute ist oder ob man das schon ganz lang kann. Und dann beobachtet man das Verhalten und führt eine Strichliste. Okay, und so kann man sich mit den Tieren, die man hält, auseinandersetzen, ohne dass man ihnen zu nahe kommt und ihnen Probleme bereitet. Ja, und man lernt die individuellen Tiere und die Tierart kennen. Und man beobachtet dadurch auch ganz schnell Abweichungen im Verhalten. Also dann fällt ein Tier, was sonst um 15 Uhr immer frisst und dann plötzlich an einem Tag nicht frisst, auch sofort auf. Das stimmt. Und Kinder sind bei sowas ja auch super aufmerksam. Also so kleine Veränderungen, wenn sie das immer gelernt haben zu beobachten, merken sie auch sofort. Ja, genau. Also das finde ich eigentlich so eine der schönsten Sachen, wenn man sich jetzt für so eine Haltung von kleinen Heimtieren entscheidet. Echt? Ich habe immer gedacht, so das Schönste wäre doch, so coole Sachen fürs Gehege zu bauen, zu zimmern. Also ich könnte das halt einfach überhaupt nicht. Aber in meiner Fantasie, wenn ich irgendwo mal Kaninchen hätte, dann würde ich denen so ein richtig cooles Gehege bauen und sitze dann da mit meinem Kind und baue irgendwas ganz Tolles. Du hast recht. You got me. Auf jeden Fall. Und talentiert dabei. Nee, das ist der beste Part. Du hast vollkommen recht. Ich weiß auch noch, dass ich als Kind eine Schildkröte wollte. Da hatte ich den Film Momo von Michael Ende gesehen und war total into it. Und ich habe Gehege gebaut wie eine Blöde. Und wir hatten keine Schildkröten, aber meine Stoffschildkröten waren da drin. Und mich hat das glücklich gemacht. Einfach schon dieses, auch das, was mich tatsächlich heute noch glücklich macht, nämlich Enrichment, also positive Gestaltung der Umwelt, sodass die Tiere entsprechend ihrer natürlichen Verhaltensweisen sich verhalten können. Das fand ich großartig. Also wenn man die Platz, Fähigkeiten, Lust, Motivation dazu hat, das Kind auch, kann man da natürlich auch super viel quasi indirekt für das Tier machen. Ja, genauso mit der Futterbeschaffung, Pflanzenkunde. Das kannst du auch mit Kindern machen, dass man lernt, was sind hier so die heimischen Wildkräuter, was sind Giftpflanzen und die dann gemeinsam sammelt. Also ich glaube, dieses Stichwort indirekte Beschäftigung, was du gerade gebracht hast, ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Haltung von solchen Tieren. Okay, also kommen wir mal zu dem Schluss. Es gibt sehr, sehr viel, was ich beachten muss, wenn ich kleine Heimtiere halten möchte. Aber wenn alles passt, können sie wirklich viel Freude machen. Und ich kann mich viel ausleben, wenn das zu meinen persönlichen Interessen dann auch passt. Ich glaube, eine Kollegin von uns hat mal gesagt, Die Haltung von kleinen Heimtieren ist die Königsdisziplin. Ja. Wenn du alles andere kannst und dich darauf eingelassen hast, dann kannst du dich an die kleinen Heimtiere wagen. Ja, genau das Zitat kenne ich auch und das ist so goldrichtig. Und tatsächlich leider in der Realität ist es einfach ganz oft andersrum. Die Leute trauen sich keinen Hund zu und schaffen sich dann mehr Schweinchen an. Das macht, wer heute diese Folge gehört hat, natürlich nicht mehr. Vielleicht haben wir das Interesse geweckt, kleine Heimwerker zu werden. Also schauen wir uns doch mal an, wenn nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen wird, dass Kaninchen einziehen sollen. Wie geht man denn davor in der Familie mit dem Kind? Also ich denke, der erste und wichtigste Punkt ist, dass sowas nie als Hauruck-Aktion passieren darf. Was aber sehr verlockend ist. Oft werden das so Sommerferienprojekte. Man hat auf einmal Zeit und war vielleicht im Tierpark, fand die Kaninchen süß und denkt sich, ach komm, da gibt es gerade Babys, wir nehmen zwei. Das sind, glaube ich, so klassische Geschichten. Ich empfehle bei solchen Entscheidungen, mindestens sechs Monate ins Land gehen zu lassen, lieber ein Jahr, um wirklich diesen Gedanken über das Jahr hinweg zu verfolgen. Dass man sich nicht nur überlegt, wie schön wäre das jetzt hier im Sommer, gemeinsam ein bisschen zu werkeln und Löwenzahn zu sammeln, sondern dass man sich auch überlegt, was machen wir im Winter? Haben wir die Möglichkeiten, den Stall so zu isolieren, dass die hier gut leben können? Was machen wir, wenn wir Weihnachten zu Oma und Opa fahren? Was machen wir an Silvester? Möchte ich bei minus zwölf Grad draußen stehen und den Kaninchenstall sauber machen? Genau, also dass man diesen Gedanken wirklich, das ist ja ein schöner Gedanke. Und ich finde, das kann man ruhig aufnehmen und besprechen, auch wenn man sich als Eltern einig ist, dann in der ganzen Familie, aber dass das Ganze reifen darf. Und vielleicht kann man auch schon mal anfangen, was vorzubereiten oder Ablaufpläne zu machen und sowas. Ja, an der Stelle würde ich direkt noch ein No-Go hinterher schieben, weil das leider bei den kleinen Heimtieren auch immer noch häufig passiert und dass Tiere verschenkt werden. Das ist generell einfach wirklich keine gute Idee, Lebewesen zu verschenken, weil das eine Entscheidung ist, die der Mensch treffen muss, der dann die Verantwortung für das Tier hat. Und diese Verantwortung übergestülpt zu bekommen, ist nicht im Sinne des Haltenden und auch nicht des Tieres. Und bei Kindern ist das einfach noch mal eine Spur härter. Also Kinder können diese Verantwortung für ein Tier nicht tragen und dementsprechend keine Tiere geschenkt bekommen. Den würde ich auch ganz gerne von Anfang an irgendwie nicht das Gefühl vermitteln, dass Tiere etwas sind, was man verschenken kann. Ja, genau. Und ich würde auch da noch mal eins drauflegen und sagen, eigentlich besitzt man Tiere nicht. Ich weiß, dass es rechtlich so ist, aber ich finde, ganz oft macht ja Sprache die Wirklichkeit. Und gerade bei Kindern, deren Wirklichkeit sich ja erst noch so formt, ist es ganz wichtig, dass man da in der Sprache sensibel ist. Und wenn man jetzt sagen würde, das ist dein Meerschweinchen Krümel, dann geht damit so ein bisschen so ein Verfügungsrecht einher. Und dann denken die Kinder, sie können damit machen, was sie wollen, weil es ist ja ihrs. Aber Krümel wohnt halt bei uns. Ja, genau das finde ich vom Wording viel schöner, wenn man sagt, der wohnt bei uns und dadurch nicht so diesen Besitzanspruch vermittelt. Wir lassen uns Zeit, wir beschäftigen uns intensiv mit der Thematik, wir denken sozusagen das ganze Jahr schon mal mit und tauschen uns wahrscheinlich dann auch einfach sehr viel aus, reden mit dem Kind darüber. Bei der intensiven Beschäftigung würde ich auf jeden Fall auch die ethologische Beschäftigung mit reinnehmen. Also, dass wir uns als Eltern, aber auch als Familie mit der Tierart und den Bedürfnissen auseinandersetzen. Also, was ist das überhaupt für ein Tier, was wir uns da ins Haus holen? Wo kommt das ursprünglich her? Was bringt das für Haltungsbedingungen mit? Was möchte es? Kinder sind wirklich erstaunlich gut darin, Regeln einzuhalten, wenn sie verstehen, warum diese Regeln bestehen. Und da ist dieses ganze Hintergrundwissen eine super Grundlage. Und das kann man in dieses Vorbereitungsjahr ja wunderbar einbauen. Ich glaube, das unterschätzt man auch oft, dass die Kinder das durchaus verstehen, wenn man erklärt, warum das Tier vor dieser Sache Angst hat oder warum es wichtig ist, das nicht zu tun mit dem Tier. Ich hatte das mal, um mein Lieblingsthema Hund hier noch mal kurz an der Stelle einzubauen, im Kindergarten beim kleinen Hundeführerschein, dass ich den Kindern beigebracht habe, dass sie den Hund eben nur von der Seite streicheln und nicht von oben. Und dann war ich in der Verabschiedung und habe meine Hündin so zu mir geholt und habe ihr über den Kopf gestreichelt. Und dann habe ich aber Ärger bekommen von 20 Vierjährigen, die gesagt haben, du hast den Hund von oben gestreichelt. Das geht natürlich dann relativ schnell auch andersrum, dass die Kinder die Eltern korrigieren. Die können sehr gut aufpassen, das kann ich bestätigen. Genau, also das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Und dann geht es in die konkrete Planung. Also wo und wie wollen wir das Tier halten, den Gehegebau und die ganzen konkreten Vorbereitungsmaßnahmen dann. Wo kriegt man denn möglichst tierschutzgerecht kleine Heimtiere her? Auf jeden Fall aus dem Tierheim. Ich finde, das kann ich hier als ganz klare Empfehlung aussprechen. Das sind Tiere, die häufig in den Tierheimen sitzen, die man wunderbar adoptieren kann. Und es gibt auch immer welche, ne? Ja, vielleicht nicht immer sofort. Aber wir haben ja schon gesagt, das ist keine Hauruck-Entscheidung. Und meistens gibt es ja auch mehrere Tierheime in der Umgebung. Und dann kann man eben mal so ein bisschen beobachten und warten und gucken, wann das passende Tierpärchen im besten Fall dann da für einen sitzt. Kann ja wahrscheinlich auch schon mal Kontakt mit dem Tierheim aufnehmen. Dann weiß das Tierheim schon mal, ah, guck mal, die gucken. Und die haben es auch nicht so eilig. Das heißt, die wissen auch schon, dass man eine verantwortungsvolle Person dann ist. Und dann können die sich ja auch melden, wenn dann ein Tier kommt. Genau. Und wenn es jetzt so um diese Haltungsplanung geht, finde ich es auch immer gut, wenn man sich vielleicht andere Haltungen anguckt. Also da kam ich jetzt gerade drauf, weil wir über Kontakt zum Tierheim geredet haben. Da kann man sicherlich auch entweder im Tierheim die Haltung, je nachdem, wie die Tiere dort halten, aber auch übers Tierheim Kontakte zu ehemaligen Adoptanten bekommen. Oder im Freundesfamilienkreis. Meistens gibt es irgendwo artgerechte Tierhaltung, dass man sich da so ein bisschen Bild vorher von macht. Und es gibt ja auch wirklich super viele Internetplattformen, die sich sehr gut mit diesen Themen beschäftigen, wo man viele Bilder sehen kann, wo man wahrscheinlich auch Kontakt aufnehmen kann zu Menschen, die sich wirklich sehr gut auskennen mit der Tierhaltung. Genau. Da können wir vielleicht auch in unsere Shownotes mal die eine oder andere Seite verlinken. Ja, ich denke, die Kaninchenwiese, Meerschweinchenwiese, das sind so zwei Beratungsseiten, die von einer sehr, sehr engagierten Tierärztin ins Leben gerufen und gefüttert werden. Und das sind, also das ist wie die Bibel für die kleinen Heimtiere. Das kann ich empfehlen. Verlinke ich, alles klar. Also wir sind in der Vorbereitung sozusagen, haben jetzt darüber nachgedacht, wo wir die Tiere herholen. Ist dann alles bereit? Muss ich jetzt gerade selber überlegen. Aber wir sind eigentlich ganz gut dabei. Ein Punkt wäre vielleicht noch, dass man sich nach einem passenden Tierarzt oder einer Tierärztin erkundigt. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es da Praxen gibt, die spezialisiert sind. Für die erste Impfung ist das vielleicht noch nicht so relevant, aber dass man sich da einfach schon mal erkundigt, wer wird unser Ansprechpartner bei gesundheitlichen Problemen. Und was wir vorhin auch schon mal kurz hatten, ist die Urlaubsbetreuung. Wenn ich damit nicht alleine bin mit dem Projekt, sondern irgendwie weiß, ich habe Nachbarn, ich habe Familie, die bereit sind, die Tiere dann bei uns zweimal täglich zu versorgen. Und die auch das rudimentäre Wissen darüber haben, dass sie da nicht reingehen, laut sind, die Tiere anpacken und sie eben angemessen versorgen. Ja, genau, also die im besten Fall einfach von vornherein auch so ein bisschen Interesse mitbringen und mit dabei sind und sich so ein bisschen als Paten verstehen. Ich mag das eigentlich, wenn man irgendwie jemanden hat, der noch mal so eine Patenschaft für ein Tier mit übernimmt. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort mit der Patenschaft. Ich habe nämlich gerade gedacht, zur Eingewöhnung an das Thema oder auch wenn ich zu dem Schluss komme, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist, jetzt kleine Heimtiere zu halten, könnte ich ja auch mit meinem Kind irgendwo eine Patenschaft übernehmen, oder? Ja, richtig gute Idee. Also finde ich generell eine gute Idee, wenn das Thema Tier bei einem aufploppt, dass man erst mal wirklich sich das Ganze über dieses Vorbereitungsjahr oder im besten Fall noch länger einfach mal als Patenschaft anguckt. Man kann das auch in Tierheimen. Vielleicht hat man auch irgendwie Nachbarn oder sowas, die das haben. Da sagt man, hier, darf ich dir mal helfen beim Saubermachen? Ich meine, der sagt da nein. Ja, und die Kinder sind super stolz. Also meine Hunde haben beide, glaube ich, fünf bis zehn Patentanten, sämtliche Nachbarskinder von unserem früheren Wohnort und auch jetzt. Und die sind so stolz, wenn man sagt, hey, möchtest du die Patentante vom Kalle sein? Oder der Smilla, das ist das Größte. Ja, bitte. Möchtest du auch? Ich möchte auch. Genau, also das ist eine super Idee. Okay, da kann man sich dann also auch schon mal so ein bisschen dran gewöhnen. Das waren unsere Vorbereitungspunkte. Also wir lassen uns Zeit, wir beschäftigen uns intensiv damit. Wir planen vielleicht schon mal das Gehege. Wir testen beziehungsweise tauschen uns aus, kontaktieren das Tierheim und bereiten alles vor. Das ist ziemlich viel zu bedenken. Also mal eben so kleine Heimtiere anzuschaffen, ist keine gute Idee, ne? Nee, leider aber wirklich oft noch Realität. Also gerade so um die Osterzeit ist ja auch so ein typisches, wir schaffen uns Kaninchen zu Ostern an. Und auch sonst passiert es oft noch, ohne diesen ganzen Rattenschwanz zu kennen, der da mitkommt. Und die Verantwortung für ein kleines Heimtier ist ja nicht weniger groß als für einen Hund oder eine Katze oder ein Pferd, ne? Ja, ja. Wir haben ja vorhin die Kaninchenwiese erwähnt. Ein weiterer Verein, der sich da sehr für kleine Heimtiere einsetzt, ist die Burg Nagezahn, mit der wir bei Tasso auch immer mal wieder zusammenarbeiten. Und die haben ein, wie ich finde, echt schönes, treffendes Motto, nämlich kleine Heimtiere mit großen Bedürfnissen. Und ich finde, das trifft es ganz gut, beziehungsweise ich glaube, es heißt kleine Herzen mit großen Bedürfnissen. Aber es sind die kleinen Heimtiere genannt und ich finde, das trifft es. Also kleine Tiere, die wahnsinnig große und nicht immer leicht zu befriedigende Bedürfnisse haben. Also es fasst es ganz gut zusammen, was wir hier so ein bisschen herausgestellt haben. Es ist wirklich eine riesen Verantwortung, kleine Heimtiere aufzunehmen, kann aber auch unfassbar viel Spaß machen. Um das aber nochmal aufzulösen, ich habe nicht den Platz dafür. Ich hätte dich jetzt gleich gefragt, hast du wirklich Kaninchenpläne? Also man hat immer wieder so einen Moment, wo man das dann sieht. Ich habe tatsächlich auch in der Nachbarschaft so eine vorbildliche Haltung, wo man immer dieses Riesengehege im Garten sieht. Und ich denke, das muss so Spaß machen. Aber ich habe weder Platz, noch Zeit, noch die Fähigkeiten, da was zu basteln oder zu bauen. Mal gucken, vielleicht ändert sich das irgendwann. Vielleicht ändert sich das. Aber ihr seid mit Dottie, eurem Hund, ja erstmal auch ganz, ganz gut dabei, was das Thema Kind und Tier angeht. Das ist ja das Schöne. Mein Kind wird nicht kommen und sagen, Mama, ich will ein Haustier, weil es ist halt mit einem Haustier aufgewachsen. Ja, bitte schön, da liegt sie. Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall schön. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, für Kinder mit Tieren aufzuwachsen. Also ich finde es richtig, richtig schön, wenn Menschen den Mut haben, die Zeit haben, das Geld haben, kleine Heimtiere artgerecht zu halten. Das ist wirklich wunderschön, aber man muss es können. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Das ist unser Schlusswort für heute. Vielen Dank, dass du wieder da warst, Lisa. Zu einem, ist ja eigentlich gar nicht so unser Schwerpunktthema, die kleinen Heimtiere. Wir reden ja am liebsten über Hunden, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Aber wir haben auch ein Herz für Katzen und kleine Heimtiere. Auf jeden Fall. Und die rücken wir auch immer wieder in den Vordergrund. Vielen Dank. Und wenn ihr vielleicht kleine Heimtiere haltet und uns davon berichten möchtet, könnt ihr uns gerne jederzeit eine E-Mail schicken. Wir gehen einfach an podcast.tasso.net. Wir nehmen auch Themenvorschläge. Wir nehmen auch Lob und, wenn es sein muss, auch Kritik. Und ihr könnt uns natürlich gerne folgen und ein Abo dalassen und auch kommentieren und bewerten, wo ihr unseren Podcast hört. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lisa. Tschüss. 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 Tschüss.